Und damit herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown. Jetzt mach ich mal die Antwort, weil ich in der letzten Folge ja so down gegangen bin. Also von daher... Genau. Es liegt einfach daran, dass du meistens einfach nicht gut genug bist. Das ist richtig. Ich hab jetzt ne Mosin. Hatte ich eben auch ne Mosin? Ne ne Witteli hatte ich. Hä? Wo kommen denn die ganzen anderen Waffen auf einmal her? Ja. Du hast noch ne Hunter genommen. Nein, ehrlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, ehrlich nicht. Das fängt doch schon gut an. Warum ist ich da nicht so neblig? Hundis. Klumpi! Woah! Bödi! Ist der Messer nicht so komisch ausgekaut? Kann ja mal sein, wenn ich wirklich ankomme, ne? Mhm. Hm. Sonst kann die Bären fallen. Schade. Äh... Was? Hier kam schon was. Wieder kam was? Was? Hinter uns. Das war ich, glaube ich. Das fährt auch? Ich glaube ja, weil ich gegen ne Flasche gekommen bin. Du bist gegen mich gestoßen? Ja. Verdammt. Hast du es nicht gemerkt? Doch. Es hat sie so hohl angefühlt. Die Flasche leer. Du dummes Kackfie, bleib ruhig. Okay. Oh. Ich weiß schon, warum sie da war. Die müssen hier mal aus dem ganzen Laden hier raus. Die ist einfach nur laut. Hast du das? Na. Na, falls ich... Hier ist einfach alles laut. Ich glaube schon, ich da bin. Okay, jetzt mal aus dem Laden hier raus. Schrecklich. Und... ein Immoled. Ist das doch Morty? Ja, der heißt gar nicht Immortal. Der heißt eigentlich Immoled. Immoled? Ich habe immer Immortal dazu gesagt. Wow. War nicht los in den Pult. Ja, komm. Ja, ja. Oh, versteck dich. Das müssen wir Damage drauf machen. Oh, versteck dich. Oh Gott. Bist du da... Was machst du denn da? Hilfe! Hier kommen gleich Hunde. Boah. Boah. Äh... Nicht nur Hunde. Oh... Guck... 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 Tee... Guck... Na... Kannst du den Arm... Haben sie ja kaum mitbekommen hier. Sehr gut, dann können wir ja da vorne jetzt zur Kutsche hingehen und uns auffüllen. Ähm. Was? Wie dich? Ich hab grad hier, mein Gott, ich hab grad gedacht hier liegt ne Handball schon rum. Echt? Da war der Punkt 1 so noch. Ja. Ähm, lass uns mal hier vorne noch Nachschub holen. Das hat sich ja richtig gelohnt eben. Richtig gut. Alles für einen Hinweis. Sehr gut. Da will ich die anderen Hinweise gar nicht haben, ey. Äh, wo ist ein Verband noch? Wir wollen jetzt nochmal Nachschub. Wo bist du? Zum nächsten Ding hier drüben. Südosten. Seht ich? Südosten? Ja, ne, ne, ne. Hab ich, ich hab das nur sofort gefunden, nachdem du gesagt hast hier drüben. Äh? Okay. Ja. Muss ich gleich was du meinst ist. Sehr gut. Hattest du nochmal Nachschub holen oder brauchst du nix? Ähm, ich hab ja. Okay. Verpeilung. Oder der Determio. Ja, ich bin's am Updancen. Der Hinweis ist auf 105. Graben waren auf 150. Jetzt eben? Ja. Okay, hab ich nicht gehört. Ich hab' die Antwort. Ja. Ich hab' die HU-Bitze. Ich hab' die coeur. Ich hab' die Netge-Bitze. Ja. Ja. Das war doch mal ein Party gewesen oder nicht? Oh ja, hier war die letzte spannende Runde mit Jojo und Mia. Die hätte ich aufnehmen sollen, die war gut. Hat keiner aufgenommen oder was? Bis zur letzten Minute haben wir hier gewartet. Gewartet? Oder war es dann nicht spannend? Naja, die dachten dann schon die ganze Zeit, die letzten beiden, und da ist keiner mehr, weil wir haben alle gelauert. Vom Spinne. Lol. Also mindestens eine halbe Stunde haben wir gelauert. Ach du Scheiße. Oder einen Mucks. Lass mal da vorne noch den Hinweis holen. Ein Raben. Deine, ja. Ja. Natürlich auch einen Hive. Ein Pferd, ein Pferd geht davon ab. Okay, ich habe gleich alle Wurfmesser verbraucht. Ich habe keine Wurfmesser mehr. Kannst du hier losdenken. Was tun da, Leute? Ja, weil ich, jojo, weil ich habe nur noch einen HP gerade. Kannst du dir halt nicht ausdenken, denn scheiße ist es halt. Hast du die Unmod gemacht oder was? Ach, leck mich. Ey. Du, ich kann diesmal nichts dafür. Ne, das war ja. Hey, heute ist nicht mein, heute ist nicht mein Handtag. Irgendwo Wurfmesser rumliegen. Wir, wir haben doch über die Merchandise Sache gesprochen, ne? Da ist man den Tag nämlich mal wieder gekommen. Was? Über die Merchandise Sache über Hand. Ja. Da hatten wir ja auch Handschuhe, ne? Hand, Schuhe. Oh nein. Ja. Du, bei Handschuhen, das wäre zu offensichtlich, wenn wir dann Handschuhe machen würden. Dann sollten wir Hand, Schuhe machen. Aha. Ja, das ist noch viel besser, das Rotspiel dann. Total geil. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt wohl sacht. Da würden wir auch gleich sehr viel mehr, ähm, sehr viel mehr Geld machen. Mhm. Ich hoffe, dass mich jetzt gerade jemand erschießt. Hey, Handschuhe kamen von dir. Ich habe nur verfeinert. Weißt du, das wäre ja zu einfach gewesen. Dein blöder Einfall. Ja, ja. Ich bin hier das Goldkind von uns beiden. Du bist goldig. Oh, Manni. Soll ich nachmachen? Alter, wir gehen da ab. Wollen wir da mal hingehen? Wir können da mal aus einer guten Distanz zugucken. Ah, hier, hier, hier habe ich die beiden letzten geholt. Achso, habe ich schon erzählt, dass ich die beiden geholt habe? Welche beiden? Ich habe Jojo gerecht. Und hier war unser letzter großer Fight. Das war was. Jetzt mal aufgenommen. Ne, das sind die Geschichten, wovon darüber gesprochen wird. Mhm. Das sind so die Legenden. Niemand wird wissen, ob es wahr war oder nicht. Total spannend. Ja, na gut, aber den kann man ja auch umbringen. Achso, ja dann geht es ja. Wird nie jemand erfahren. Jojo, wenn du jetzt zuhörst, das tut mir leid. Jo, klingt dann legitim vor mir. Close, 150. Ja, close geht. Im Wald. Brennt noch. Weg von uns? Ja. Hat uns nicht gesehen bis jetzt. Der sucht ihn mit E, glaube ich gerade. Scheiße. Aber warum? Ja, Entschuldigung. Lass mich doch erstmal sehen, Mensch. Der ist vor mir. Kann sein, dass er brennt. Er brennt. Ist tot. Das war ich. Sehr gut. Kann sein, dass ich gerade noch jemand rumlaufen gehört habe. Wo ist er denn? Äh, so hinter der Hütte. Hinter der brennenden Hütte müsste der da liegen. Komm, er hat's denn eh jetzt angezündet. Mit Feuer. Ja, aber verbraucht doch nicht deine Sachen. Wieso? Falls der nicht alleine war. Ist aber alleine gewesen. Ja, aber dann hat der wenigstens Grund, der andere herzukommen. Nein. Jetzt wird der Grund gerichtet. Da liegt auch einer. Warum brauchst du noch einen Grund? Das ist ein anderer. Links von dir. Was? Wo? Hier. Hä? Wo kommt der denn? Ich glaub nicht, dass das... Hä? Ich glaub auch nicht, dass das ein Kollege ist. Warum sollte er den nicht aufgehoben haben? Weil hier noch welche waren. Was macht die Sache nie besser? Hast du den jetzt angezündet? Ich hab nur gar nicht gelootet. Oh, du dummes Kackpferd. Macht der mal Pferde? Warte, seit dem Spiel hast du's geändert. Ja doch, auf Boot. Aber wenn sie ruhig sind. Nee. Oh geil, hier ist noch einer. Was? Hier. Wo? Was? Geil, es sind noch zwei. Hä? Warte, waren hier von Feig gewesen? Was zum... Oh, Loot. Oh, Loot. Toll. Da drunter. War mit, ne? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es fehlen nur drei. Oder haben wir am Anfang schon welche, ne? Ne, wir hatten noch keinen Feig. Wir hatten nur Feig gegen die Natur. Also maximal können ja nur drei leben. Außer da lagen noch ein paar rum. Ja, oder? Ja, oder? Der liegt woanders. Was war denn hier los? Ja, zumindest danke fürs Geld, ne? Ja, Mensch. Ja, dann lass uns mal den nächsten Hinweis holen. Hä? Daaa... war ja ein bisschen was los. Oho. Okay, da war schon einer drin gewesen. Er hat die Tür von innen aufgemacht. Oh ne, doch nicht. Aber seine kann von vornherein. Die Türen gehen beide nach außen auf. Dann holen wir jetzt noch die beiden Hinweise erstmal. Wieder zurücklaufen. Ach ne, ja gut, in Zoltas ist er. Ist ja der letzte Punkt, der überhaupt mal da ist. Oder wir können unten erstmal hingehen, kurz nach vorn. Oder wir machen den Boss jetzt eben kurz oben. Jetzt machen wir erstmal kurz den Boss da oben. Oh, hier hatte ich nicht, tue ich unbedingt nur so wasser. Das ist Morty, 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 Morty. Das ist noch schlimmer. Wir nehmen die Brücke. Wir zahlen den Brückenzoll. Hast du ihn? Der hat mich wohl nicht gesehen. Der mochte mich nicht. Ich hab von Knoblauch gegessen, vielleicht deswegen. Ah, okay, das kann natürlich sein. Ja. Der war wohl lecker. War so ein Eingelegter. Also einer muss echt verduftet sein und er liegt vor anders. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir langen auf jeden Fall fünf Mann rum. Aber hier ist die Tür offen. Komm mal zu mir. Er geht gerade nicht. Ja, ich weiß, dass der hier ist. Bleibt mir nicht viel übrig. Also, das war ja der letzte Punkt. Aber komm mal trotzdem zu mir. Ich bin gerade im Turm. Ich hab Angst. Ja, komm mal runter. Liegt da wieder einer? Ja. Hier liegt da wirklich einer. Okay, so viel sind es dann also nicht. Das heißt aber, die würden doch da drin sein. Naja, da drin ist auch keiner. Sonst würde der Ding mehr Krach machen. Hier liegt halt rum. Ah, Winfield. Okay, Winfield will ich nicht. Also, es gibt maximal nur noch zwei. Der Suicide Squad, ey. Die Tür ist unten auf. Ich weiß, wo? Hier unten. Hier hinter. Ist das Tor auf? Okay. Ich hab noch überhaupt keine Ahnung, wo überhaupt hier ein Eingang ist oder so. Kann ich nur mal ganz kurz die HP haben. Jetzt auch noch. Was ist hier passiert? Die Tür war offen. Der liegt da tot rum. Die Tür ist auch offen. Und dann haben sich da hinten alle gefeitet und... Hä? Meinst du, das war's? Dass die... Nee, die sind nicht bis dahinten. Hol. Immer. 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 Ich renne noch mal durchs Feuer. Mhh. Das war ja schlau gewesen. Wenn es hier welche sind, dann haben sie uns so gehört. Es sind alle Türen offen. Es sind alle Türen offen. Es sind alle Türen offen, Leute. AS- Oh, ich weiß noch einen Tunnel. Das war mein Pferd. Ich kann mal gucken, ob wir sich irgendwo verstecken können. Jetzt kommt die Tür auf. Der ist hier! Hallo! Ja, Reloading! Oh, ihr Prinz! Oh, ich seh nichts mehr. Achtung! Oh Gott! Was? Ich bin dran! Hu, HP wieder. Jetzt brauch ich einen Aufschub. Durch kann man aber auch leerballern. Ich frag mich, was hier passiert ist. Acht, ne, sechs Mann haben wir gefunden. Ja. Bei einem Schuss hat mir eben noch gefehlt. Für was? Bei einem Specki. Ach so. Oh, ich bin gleich wieder voll. Aber hier gibt's wieder kaum, äh... Gibt es wieder kaum Fallen, ne? Ne, hier gibt's nicht wirklich viele. Aber ich hatte letztens schon mal so ein Dings gehabt, da gab's echt viele. Mit dem Ding geht's. Dafür gibt's ja echt viele Munitionskisten. Was hältst du von dem neuen Monster? Ähm... Ich find den einfach. Momentan noch. Weil der eigentlich nur angreift, ähm, wenn der grad irgendwie in seiner Form ist. Und dann kannst du eigentlich gut ausweichen oder den kannst du auch gut anzünden. Ja. Da sah nämlich auch nicht so spannend aus. Aber selber gemacht hast du denn nicht? Mh, nö. Ich hab jetzt nur bei dir mal geschaut und dachte, nö, da brauch ich jetzt nicht extra drauf. Ja. Hat ja lang genug gedauert, bis man bei dem ankam. Eieiei. Bis wir den irgendwann mal gefunden hatten. Ne, aber weiß ich nicht. Hm. Der macht halt so einen Blutungsschaden, falls der sich genau irgendwie bei dir so zusammenbaut. Aber was sonst? Weiß ich nicht. Also, da hab ich, da hab ich von dem Emulate mehr Angst. Gefühlt. Also. Mal gucken. Ist ja momentan noch auf dem Test-Server. Vielleicht buffen sie den ja noch. Ey, das ist echt eigenartig. Das ist total eigenartig, was hier los war. Hier liegt nur einer. Und da hinten viel weiter weg. Ja. Liegt fünf. Ja, so vier lagen da. Wir haben ja noch den einen zugelegt. Ja. 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 Na ja. Vielleicht hat sie den ja bis dahin verlagert. Weil wir haben ja schon die ganze Zeit Schüsse gehört. Weil die ganze Zeit Ballerei. Vielleicht hat sie einfach bis dahin verlagert, würde ich fast sagen. Weil da haben sie sich immer wieder versteckt irgendwo hinter oder so. Dann lass mal runter zur Spinne. Ach scheiße. Weißt du, wo die Spinne ist? Naja, die werden wir halt eben suchen. Ja. Wird eben da mal gucken können, ne? Ja. Gut. Vielleicht können ja immer noch zwei rumgümmeln. Welche sitzen denn da bei der Spinne rum? Ja. Dann heben wir unseren Blick mal schön auf. Ich hab noch acht Sekunden. Na, ich guck einfach mal nicht. Und beheb du dir aber auch noch irgendwie zwei Sekunden auf. Naja. Na, ich guck jetzt erstmal noch gar nicht. Das war echt ganz komisch. Total. Dass die sich auch alle gefunden haben. Das haben sie auch irgendwie alle gefunden. Keine Ahnung. Also. Okay. Haha. Was machst du? Verdammt. Mal ganz ehrlich. Dass die jetzt hier Krach machen, ist das unser geringstes Problem in dem Fall. Die haben die ganzen Blitze über den Kopf, also. Hast du eben geheult? Ja, ich fand die Runde so ein bisschen traurig. Okay. Er ist schon ein bisschen traurig, also. Na, traurig. Schmaurig sag ich immer. Hast du gar nicht gesagt. Hab ich wohl gesagt. Was sagst du denn da so? Ja, ne. Du hörst mir nur nie zu. Ne. Das steht auch nicht in unserem Vertrag. Oh, stimmt. Dreckiger Dan hat auch länger nichts mal gesagt, ne? Ja. Dreckiger Dan. Ach, dreckiger Dan. Oh Gott. Den muss ich verlangen. Oh Gott. Dreckiger Dan wurde ausgetauscht. Dreckiger Dan. Äh. Gegen den, gegen den sauberen Sven, oder was. Ja, wahrscheinlich. Dreckiger Dan wurde ausgetauscht gegen den sauberen Sven. Dreckiger. Dreckiger. Was? Soll ich einmal gucken oder? Ich guck mal. Ah vorne ist der Hinweis. Ich versuche mal genau darauf zu zu rennen, damit wir nicht mal gucken brauchen. Alles klar man. Na klar Wasserviecher. Haha was du trägst. Ich darf Peter hier aber nicht sehen. Ich will dem Peter die Augen zuwölten. Nicht brennen. Wir sind halt noch 100. Was? Ich habe vergessen. Wie man sich löscht? Nein. Er kam auf mich zu gerannt und ich habe vergessen wie ich meine Waffe nehme und die andere. Ach so. Ah ist bei uns. Ne oder? Ne ist doch nicht bei uns. Ich dachte wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen. Ja ist egal. Ich habe 6 Sekunden. Was tun wir vor? Ähm. Heilungen? Ne ne? Ähm. Vielleicht hier oben? Wenn man irgendwie hochkommt. Hey ich so um die Paraband vor. Bei einem Spaß. Oh oh. Dann brauchen wir mehr Heilung. Hier unten ist Heilung. Bei mir. Oh Gott. Also hier ist noch Heilung. Oh 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 oh. ja natürlich wie viel Sekunden hast du noch? 5 und sind Enten oh nein keine Enten nein nur die Wasserviecher oh ne keine Wasserviecher war ne halb nein keine halb alter da wird am Bluten geht die ganze Zeit auf der Moppe echte war dabei warum sind hier eigentlich immer alle Türen offen? hallo soll ich mal gucken? was hallo Spinni aber sind sie nicht mehr da oder was? die beiden glaube ich nicht nö oh Heilung spinni 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 was sie denn? was sie denn? was sie denn? spinni grün ich sehe halt nix ich zünde einfach mal ein bisschen an hier oben ist so viel spinni bringt man den Weg nach unten an? ähm was? kein Problem hä? was ist da unten los? das warst du gar nicht das warst du gar nicht das warst du gar nicht weil das noch explodiert wurde? hier unten ist einiges explodiert hier unten ist einiges explodiert oh guck mal eben ganz kurz aber hier war nix ich hab die spinni irgendwie die fässer selber angezündet zumindest habe ich gerade ganz schön was abgekommen alter ich krieg die ganze zeit nur an die fässer ich hab auch die anmord gemacht so kann man den Patronen verballern hier ja nicht die Tür aufgehen ne hier noch alles safe aus gut ok was ist du denn da? du gehst die ganze Zeit auf die Fresse aber du wirst die nicht nutzt es aber auch aus ich will es halt irgendwie wissen ne? hallo wer ist denn da so laut? ach er ist es tschüss ha 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 ich krieg's mal aufs maul ja komm das ist aber jetzt ein bisschen selber schuld ok immer noch alles safe yeah wo ist auch der Ausgang? im Osten ah ja im Osten oh da läuft hinten noch ein Mordtisch da ist rum für eine Sekunde Osten aber das war wahrscheinlich wegen meinem Schuss eben ok ok ich hab halt nix gerade gesehen der ist vor Wut explodiert die sind mal lustig wenn die suchen wenn die einen suchen und wo ist der hin? Mensch hier sind wir weggelaufen Mensch wo ist denn der Bus? Bussi 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 gerade hat auch n Eingang Alter da war ne Falle ok die Seite ist sicher ganz gut was für eine Runde Alter da war ne Falle du musst aufpassen wir sind gefährlich kann mal n Voto vom Krieg immer noch vier ey ich hab meine letzte Sekunde verbraucht nur weil ich es konnte weil ich es über hatte geil ne wir sind echt über Mensch da war ja spannend eine komische mysteriöse Runde aber ohne Scheiß wo sind denn die anderen beiden? ja muss ja das heißt ja nicht dass die doch 10 Mann drin waren können auch 8 Mann nur gewesen sein ja aber da haben sich alle gegenseitig umgebracht oder was? ne ne einen hab ich ja geholt stimmt genau du hast ihn geholt genau wir haben ihn zusammen geholt ja der war der letzte der da war ja 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 den den haben wir zusammen geholt und davor die Runde haben wir alleine geholt genau ja weißt du der ist halt noch irgendwo n Hund der ist halt noch irgendwo n Hund ja gehen wir mal da war echt der letzte gewesen der eine was denn jetzt? oh wieviel ohne gibt es denn hier? so legen der lief doch gut der lief doch gut komische Runde eine echte komische Runde die hatten ja ihren Fight gehabt der letzte der überlebt hat den haben wir geholt und jetzt sind wir mit 4 Dingern rausgegangen win win also ich weiß nicht Glück ist mit den dummen ne? ja und mit uns komisch da sind ja noch mehr Hunde da sind ja noch mehr Hunde mir geht die Muni aus und wenn jetzt noch welche ankommen der war ich halt auch noch nie gewesen pass auf da gehts wirklich einer ist doch da mir fängt eine Mission nur bang bang tot und der rennt hier mit 4 Dingern raus der ist komplett überfordert der weiß nicht wohin ja scheiße brauche nen Rucksack hehehe hey hab ich keine Hunde mehr da? hab ich keine Hunde mehr da? die kriege ich die rote Rahmen ey was denn? lass mal nicht so mit deinen Messern rum ey brauche ich nicht mehr die sind so stumpf der komischen Dings von eben ey mit allem HP wo ich überlebt hab Folge ey da war echt ganz komisch hies hin die halt also da rum hier und der Typ der überlebt hatte der sie grad heilen wollte den holen wir halt noch so da muss ich auch so gedacht haben nimm mal richtigen Anboden nicht mehr so mal gucken tausend dollar und haben wir tausend dollar bekommen wir jetzt auch tausend dollar top fünf was heißt denn jetzt hast du die hast du die komplette zusammenfassung schon wir haben einen hunter ja da auch tausend oder 50 warum hast du da noch gelootet hast ach so ja alle die konnten ja die konnte ich nicht weil du die das was auch immer ja gut ja danke für das einschalten und bis zum nächsten mal zu hand showdown auch wenn ich die anmode wieder mache